Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger von dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet. Du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Gelobt sei Jesus Christus, herzlich willkommen zu diesem kleinen Impuls am letzten Sonntag im heurigen September, am 26. Sonntag im Jahreskreis, dem ersten Sonntag im Herbst dieses Jahres. Haben wir auf Mose und die Propheten gehört? Haben wir das gute Bekenntnis jenes Jesus Christus, das er vor Pilatus abgelegt hat, ernst genommen? Oder gehören wir allesamt zu den Sorglosen, zu den Vornehmern, den Faulenzern, die die Welt an sich vorüberziehen lassen, um das Gute, das Angenehme, das Bequeme herauszupflücken, sich aber der eigenen Verantwortung nicht zu stellen? Stellen wir uns diese Fragen, stellen wir uns der Frage, ob wir den Namen Christen auch wirklich verdienen. Gerade angesichts der Krisensituationen unserer Welt ist vor allem für uns Christen aufwachen gefragt. Wir sollten erkennen, dass aus dem Glauben an diesen Jesus Christus, der sein Bekenntnis vor Pilatus abgelegt hat, ja mehr noch, der mit seinem Leben Zeugnis für die erlösende Liebe Gottes abgelegt hat, dass aus diesem Glauben für uns Konsequenzen erwachsen. Wenn Menschen des 21. Jahrhunderts meinen, Christus sei mit seiner Mission hier auf Erden gescheitert, weil sich letztlich nichts verändert habe oder zum Guten verändert habe, wenn uns von vielen Seiten der Vorwurf gemacht wird, dass das Christentum dem Menschen keine wirkliche Verbesserung brächte, sondern nur Einschränkung und Verzicht, so müssen wir uns gleichsam selbst an der Nase nehmen und nachdenken, ob es nicht zu einem Guteil auch unsere Schuld ist, dass der Herr nicht mehr wirklich populär ist, dass die christliche Botschaft verzerrt oder sinnentleert ist. Vielleicht haben wir uns oftmals in unserem Christentum zu sehr angepasst. Vielleicht gibt es kaum noch Christen, die wirklich den Mund aufmachen, wenn die Botschaft des Herrn oder wenn seine Kirche in den Schmutz gezogen werden. Ein solches angepasstes Christentum hat natürlich keine Feinde mehr. Es scheint ungestört dahin leben zu dürfen, wenn nicht so manche Stellungnahmen des Papstes oder des kirchlichen Lehramtes oder der Bischöfe die Menschen dann an den empfindlichsten Stellen treffen würden. Da wird dann plötzlich der Kirche vorgeworfen, sie sei mit ihrem moralischen Anspruch, mit ihren Forderungen nicht mehr zeitgemäß. Warum fragt eigentlich keiner, ob das menschliche Handeln, so manche Gewohnheiten, die heute alltäglich geworden sind, noch kirchengemäß oder gottesgemäß sind? Leider liegt auch in theologischen Kreisen die Versuchung nahe, sich allzu sehr dem Strom des gesellschaftlichen Druckes anzupassen. Gerade der sogenannte synodale Weg in Deutschland stellt dies immer wieder erschreckend unter Beweis. Da werden so manche Ansichten aus den Elendsquartieren des Geistes hervorgeholt, um zur neuen Wahrheit erhoben. Ein solches angepasstes Christentum hat vielleicht keine Bekämpfung durch Feinde von außen zu fürchten. Doch es hat sich vielleicht durch den Verrat an der Botschaft des Herrn letztlich selbst den Todesstoß versetzt. Die Botschaft des Herrn fordert uns heraus. Sie fordert uns zum Streben nach Gerechtigkeit, nach Frömmigkeit, nach Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut, wie der Völkerapostel Paulus an Timotheus schreibt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Darin liegt für uns heute der Schlüssel. Darin liegt auch der Schlüssel dieser Evangelien-Perikope. Denn vielfach wurde die Tatsache des ewigen Lebens aus unseren Herzen gelöscht. Vielfach denken wir nur mehr in unseren diesseitigen Horizonten, ohne den Blick zu weiten auf jene Welt, die hinter all dem steht, ohne das Herz zu öffnen für jenen Gott, der voller Liebe und Erbarmen uns in die Ewigkeit begleiten und dort an seinem Tisch Platz nehmen lassen will. Der arme Lazarus, der hebräische Name Eliezer bedeutet Gott hilf, wird im Himmel für seine irdischen Leiden reichlich belohnt. Der reiche Mann hingegen hat sein Leben auf innerweltlichen Lustgewinn, auf ein falsches Carpe Diem, Nütze, den Tag ausgelegt, auf ein Carpe Diem, das deswegen jede Minute auskostet, um in diesem kurzen, beschränkten Leben den maximalen Genuss zu erreichen. Die Erkenntnis, dass dieses falsch war, kommt zu spät. Und der Wille, seine Brüder zu warnen, sie zur Umkehr zu bewegen, ist letztlich vergeblich. Sie haben auf Mosi und die Propheten nicht gehört. Sie werden sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht, so sagt ihm Abraham. Es ist aber einer von den Toten auferstanden. Wir feiern seinen Tod und seine Auferstehung. Jeden Sonntag, jeden Tag, in jeder Eucharistiefeier, in jeder heiligen Messe. Haben sich die Menschen überzeugen lassen? Ja, haben wir uns überzeugen lassen? Oder leben wir immer noch in einer diesseitigen Beschränktheit, in einem innerweltlichen Carpe Diem? Das Carpe Diem hat seine Berechtigung. Nütze den Tag. Lebe so, als wäre es dein Letzter hier auf Erden. Verschiebe eine mögliche Umkehr, nicht auf morgen, sondern trete jetzt vor den Herrn hin und beginne neu mit ihm. Fange neues Leben an. Das ist die Forderung, die der Herr an uns richtet. Eine Forderung, die aus der heilenden und erlösenden Liebe Gottes erwächst. Denn er will uns als Menschen der Transzendenz haben, als Menschen, die über das irdisch-materielle hinausgreifen und die Frage nach ihm, nach dem Schöpfergott, stellen. Leben wir als Christen. Erweisen wir uns diesem Namen würdig und treten wir mit Gottes Hilfe als glaubwürdige Zeugen für seine frohe Botschaft in unserer Welt auf. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen einen schönen und erholsamen Sonntag und einen gesegneten Ausklang dieses Monats September. Gelobt sei Jesus Christus. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020